Schon seit antiken Zeiten werden die Naturheilmittel Knoblauch, Ingwer und Honig zur Vorbeugung und Heilung von diversen Krankheiten erfolgreich eingesetzt. Mittlerweile bestätigen sogar wissenschaftliche Studien die gesunde Wirkung dieser Heilmittel auf unseren Körper. Du solltest regelmäßig morgens eine Mixtur aus Knoblauch, Ingwer und Honig auf nüchternen Magen trinken. Und du wirst überrascht sein, welche positiven Auswirkungen dies für deine Gesundheit hat. Die Mixtur vereint die medizinischen Wirkungen von Knoblauch, Ingwer und Honig in nur einem Heilmittel. All diese Zutaten haben antioxidative und entzündungshemmende Eigenschaften, die deinem Körper bei folgenden Erkrankungen zugutekommen. Herzkreislaufprobleme, erhöhter Cholesterinspiegel und Bluthochdruck. Verbesserung des Blutbildes und der Blutfluss-Eigenschaften. Dein Blut wird dünner. Hämorrhoiden, Hautprobleme wie Akne oder Pickel und Geschwüre. Blähungen, Verdauungsprobleme und Arthritis. Kopfschmerzen, Zahnschmerzen und Asthma. Steigerung der Allgemeingesundheit durch Stärkung des Immunsystems. Entgiftung des gesamten Organismus und der Leber. Leicht verfügbare Energie und lange Sättigung. Knoblauch mit Ingwer und Honig ist natürlich kein Wundermittel, kann aber deinen Gesundheitszustand stabilisieren und verbessern, wenn du unter keiner ernsthaften Erkrankung leidest. Ganz wichtig ist aber, dass du die Mixtur regelmäßig auf nüchternen Magen gleich morgens nach dem Aufstehen einnimmst und dich am besten auch sonst gesund ernährst. Solange du noch nichts anderes zu dir genommen hast und der Magen am Morgen nüchtern ist, kann die Mischung besser verstoffwechselt werden und wird direkt und ohne Verzögerung von deinem Organismus aufgenommen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Zubereitungen mit Knoblauch sind bei dieser Mixtur die rohen Bestandteile leicht fermentiert enthalten. Daher ist die Wirkung noch intensiver. Falls du bereits unter Vorerkrankungen leidest, solltest du mit deinem behandelnden Arzt sprechen, wenn du die Mixtur regelmäßig einnehmen möchtest. Bei regelmäßiger Einnahme wirst du feststellen, dass du dich schon nach wenigen Wochen vitaler und gesunder fühlen wirst. An Zutaten benötigst du 10 cm frische Bio-Ingwerwurzel, geschält und fein gewürfelt, 25 frische Bio-Knoblauchzehen, fein gehackt oder gepresst, ein Glas und 500 Gramm Bio-Honig in Imkerqualität. Die Mixtur zubereiten Vermische alle Zutaten miteinander, fülle sie in das Glas und lasse die Mixtur mindestens eine Woche lang ziehen. Täglich mit einem Löffel erneut gründlich umrühren. Du wirst die Geschmacksunterschiede, die sich im Laufe der Tage ergeben, nicht nur sehen, sondern auch schmecken. Nehme nach einer Woche regelmäßig jeden Morgen nach dem Aufstehen und auf nüchternen Magen einen Esslöffel der Mixtur mitsamt aller Zutaten zu dir. Die Mixtur ist mindestens 6 Monate haltbar und du brauchst sie nicht zwingend im Kühlschrank aufzubewahren. Dir jetzt viel Erfolg mit der Knoblauch-, Ingwer- und Honigmixtur. Hat dir unser Video gefallen? Dann abonniere doch einfach mit einem Klick auf die Kokosnuss unseren Kanal und schau dir auch die hier vorgeschlagenen Videos an. Bleib jetzt tropisch gesund, bis zum nächsten Video, wir freuen uns auf dich! Bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Video.